Geringverdiener, 964 Euro Netto-Rente verdienen bei 45 Jahren Arbeitszeit. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Am 7. Januar 2021 wurde berichtet, zum Beispiel über NTV und andere Medien, dass die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung eine Studie herausgebracht hat, wo es eine sogenannte Geringverdienergrenze gibt und die liegt wohl in Deutschland bei 2284 Euro. Und rund 20 Prozent aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Deutschland, das sind ca. 8 Millionen Menschen, haben einen Bruttomonatsverdienst, der unter 2284 Euro liegt. Also die Grenze, Geringverdienergrenze liegt bei 2284 Euro. Nun habe ich einfach mal gerechnet und wollte wissen, was unsere Martina Musterfrau mit Wohnsitz im schönen München-Gladbach bei 2283 Euro, also 1 Euro weniger als die Geringverdienergrenze, monatlich verdient und dann bei 45 Jahren Arbeit an Rente erhält. Und da bin ich auf eine Brutto-Rente von ca. 1083 Euro gekommen, Brutto. Und davon habe ich nochmal 11 Prozent Kranken- und Pflegeversicherungsbeitrag für die Martina abgezogen. Und heraus kommen 964 Euro Nettorente-Auszahlungsbetrag für unsere Martina. Wenn ich davon ausgehe, dass nicht alle der 8 Millionen im Bereich von Martina verdienen, also 2283 Euro, sondern deutlich auch drunter, dann heißt das also, dass viele dieser Menschen oder wahrscheinlich dann alle eigentlich eine Armutsrente bekommen. Auch die Rente von Martina, die ich ausgerechnet habe, wenn sie also 45 Jahre arbeiten geht und dann mit 67 in Rente geht, in Höhe von 964 Euro, ist definitiv eine Armutsrente. Wenn ich hingegen vier Jahre im Bundestag sitze, bekomme ich als Abgeordneter für vier Jahre Tätigkeit im Bundestag eine Rente von ca. 1.000 Euro. Wenn ich als Beamter fünf Jahre gearbeitet habe, in einem Beamtenstatus, habe ich eine Mindestversorgung und die liegt derzeit aktuell bei ca. 1.800 Euro. Meine Damen und Herren, was will ich damit sagen? Ich will damit sagen, dass dieses gesamte System absolut ungerecht ist und dass es nicht sein kann, dass jemand, der 45 Jahre arbeiten geht, nur von einer Rente zu erwarten hat, die im Grunde genommen im Sozialhilfeniveau irgendwo liegt. Ich habe bei dieser Rentenberechnung keine Grundrentenzuschläge mit reingenommen. Wer die Rentenberechnung nachvollziehen möchte, guckt bitte einfach auf rentenbescheid24.de. Ich habe dort am 7. Januar 2021 einen entsprechenden Beitrag veröffentlicht. Näheres zum Thema Geringverdienerrente und Geringverdienergrenze finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel und Rentenberater Peter Knöppel und Rentenberater Peter Knöppel und Rentenberater Peter Knöppel und Rentenberater Peter Knöppel